Musik Langsam und vorsichtig ist der Lkw aus Hannover unterwegs. Sein Ziel, der Tierpark Hagenbeck. Der Laster trägt eine wertvolle Fracht, den Jungbullen Shanti aus dem Zoo Hannover. Begleitet von seinen Tierpflegern wird der vierjährige Elefantenjunge mit einem Kran in sein zukünftiges Gehege gehievt. Auch für die Tierpfleger ein Kraftakt. Mein Name ist Jürgen Kruse, ich bin Revierleiter bei den Elefanten im Zoo Hannover. Und wir haben heute den kleinen Shanti verladen in Hannover und haben ihn jetzt hier nach Hamburg gebracht, um ihn gerade dabei wieder auszuladen. Er macht einen sehr ruhigen Eindruck, damit habe ich nicht gerechnet. Aber das ist bei Tieren meist immer so. In Situationen, wo man mit irgendwas Hektischem rechnet, sind sie sehr ruhig. Und wenn man von Ruhe ausgeht und auf einmal sind sie sehr aufgeregt. Das ist immer so eine situationsbedingte Sache, von Individuum zu Individuum. Und wir wollen mal sehen beim Ausladen, wenn er dann auch so ruhig ist wie jetzt auch auf dem Transport, sind wir sehr zufrieden. Shanti soll in den kommenden Wochen Shahruf kennenlernen, den dreieinhalbjährigen Jungbullen der Hagenbeckherde. Ein erster Schritt ist die Unterbringung in benachbarten Gehegen. Die Herde trötet zwar aufgeregt, aber Shanti lässt sich nicht einschüchtern. Das hat sehr gut geklappt. Also ich habe ihm Zeit gelassen, wir haben es langsam gemacht, sich verhastet. Obwohl er noch nie eine andere Anlage gesehen hat, war er relativ ruhig. Also war gut. Als er jetzt seinen kleinen Spielgefährten gesehen hat, da war er ein bisschen aufgeregt, sage ich mal. Aber trotzdem, wenn man da gerade sieht, die beschnüppelt, ich glaube, das klappt ganz gut mit dem Einen. Ich bin zuversichtlich. Elefantenexperten Jürgen Kruse und Thorsten Körmann beobachten gespannt, wie ihre Schützlinge aufeinander reagieren. Unser Scharoui, der hat jetzt einen Kollegen gekriegt, wie man das bei Jugendlichen so macht. Weil wir den Scharoui, der jetzt mit drei Haviren aus der Gruppe raus musste, weil da zwei Kühe Kälber kriegen. Und er das alles ein bisschen stört. Und deshalb haben wir ihn hochpubertär, wie er jetzt ist, rausgenommen. Und damit er nicht ganz alleine ist, hat er jetzt einen jungen Kollegen, fast gleichaltrig, aus Hannover bekommen. Und ich denke mal, das wird eine kleine, süße, junggesellige WG. Auch Hagenbecks jüngster Bulle Scharouk ist seit einer Woche von seiner Herde getrennt. Als pubertierender Junggeselle hatte er jede Menge Flausen im Kopf und ärgerte Mutter, Tanten und Geschwister. Doch die Herde ist genauso aufgeregt wie der dreieinhalbjährige Scharouk. Der Trennungsschmerz ist groß und wird lautstark geäußert. Drei Tage später führt Thorsten Körmann den Neuankömmling zum ersten Mal in sein neues Gehege. Sobald sich Shanti hier eingewöhnt hat, soll Scharouk dazukommen. Doch während sich Scharouk noch nicht recht traut, erkundet Shanti schon ganz munter sein neues Zuhause. Hier sollen die beiden Jungbullen Spaß haben, bevor sie in einigen Monaten gemeinsam in den polnischen Zoo nach Katowice umziehen. Naja, der Scharouk ist nicht rausgekommen, weil er kennt das eben halt dreieinhalb Jahre lang, dass er mal mit Mama und Schwester kennen, die rausgegangen auf die Anlage. Und nun soll er mit so einem Verrückten aus Hannover hier rausfackeln. Da hat er dann nicht so unbedingt Lust zu, das dauert. Aber er kennt ihn dann ja erst drei Tage. Aber das werden wir schon festziehen, das Verhältnis bestimmt. Shanti nimmt die neue Umgebung ganz gelassen auf. Schließlich ist er schon deutlich länger von seiner Herde getrennt. Und hat auch nicht mehr den Duft von Mutter und Geschwistern im Rüssel. Dennoch scheint ihm ein guter Freund zu fehlen. Etwas verloren wirkt der 1300 Kilogramm schwere Dickhäuter schon. Und schließlich hat er die lange Nase auch voll und besucht seinen sechs Monate jüngeren Spielkameraden lieber im Innengehege. Auch, wenn sie dort vorerst durch Gehegestangen getrennt sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017